Hallo, ich zeige euch jetzt was, wie man ganz einfach solche Blumen aus den Notizzetteln machen kann. Dazu benötigen wir entweder 8 Notizzetteln einer Farbe oder jeweils 4 von 2 Farben. Zuerst legen wir die Ecke zu der gegenüberliegenden Ecke. Dann legen wir die andere Ecke zu der gegenüberliegenden Ecke. Jetzt müssen wir diese Ecke nach oben legen, der mittleren Linie entlang. Und genauso die andere Ecke nach oben. Jetzt legen wir diese Kante zu der Linie hier. Und diese Kante zu dieser Linie. Jetzt machen wir die zwei Teile auf. Und dann legen wir diese Ecke zu diesem Punkt. Wieder aufmachen. Jetzt legen wir noch mal die rechte Seite zu der Linie. Und wieder aufmachen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Nehmen wir das Teile in die Hand. Gucken wir von der anderen Seite. Wir müssen jetzt diese Linie zu der Linie legen. Und diese Linie auch dazu. Jetzt machen wir die andere Seite drauf. Und hier tragen wir Kleber drauf. So, auf diesen Dreieck hier. Und dann kriegen wir diesen Dreieck und diesen Dreieck zusammen. Und dann haben wir einen Teil fertig gemacht. Jetzt zeige ich euch das noch einmal. Also eine Ecke zu der anderen. Wieder aufmachen. Jetzt die andere Ecke zu der Ecken überlegen. Jetzt die andere Ecke zu der Ecken überlegen. Diese Ecke noch oben. Diese Ecke genauso noch oben. Jetzt diese Seite. Diese Kante zu dieser Kante. Jetzt diese Kante zu dieser Kante. Hier. Jetzt die zwei Teile aufmachen. Und diese Ecke zu dem Punkt. wieder aufmachen. Wieder aufmachen. Und jetzt drehen. Jetzt drehen. Und jetzt müssen wir nur noch diese zwei Dreiecke zusammenkleben. also umdrehen. Und hier die zwei Teile dann zusammenkleben. die Ecke drauf. schön auf die Ecken. und zusammenlegen. schön die Ecke zu Ecke. So sehen unsere Teile dann aus. Danach werden die so aufgemacht. Das ist dann ein Teil davon. Insgesamt bereiten wir dann vier gelbe und vier blaue Teile vor. Und dann kleben wir die zusammen. Wir fangen mit einem gelben Teil an. Und auf diesem Dreieck tragen wir Kleber drauf. Dann nehmen wir ein blaues Teil. Wieder auf diesem Dreieckkleber auftragen. Jetzt nehmen wir ein gelbes. Und so machen wir abwechselnd weiter. Und so machen wir dann. Okay. Jetzt lassen wir ein bisschen die Teile trocknen und dann kleben wir den letzten Dreieck drauf. Machen das vorsichtig auf. Und kleben die letzten Teile zusammen. Und dann müssen wir alle Blüten noch aufmachen. So called. Das war's für heute. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis es trocken ist und dann ist unsere Blume fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.